Vor der vierten Etappe auf dem Schenficker-Höhenweg ist die Gewitterfront aufgezogen. Es tröpfelt ein bisschen, es ist kühler, aber es ist angenehm nach ein paar heissen Wandertägen. Auf diesem Stück vom Schenficker-Höhenweg haben französische Internierte im Zweiten Weltkrieg den Weg ausgebaut. Das ist ja der einzige Teil, der sich pflastert. Bis zum nächsten Mal. So, hopp, körlich kommt die Stiege, hopp. So. Für die, die es zwischendurch mal gemütlich nehmen oder eine Etappe abkürzen vom Schenficker-Höhenweg, gibt es immer die Möglichkeit, runter ins Tal zu gehen und dort in die Rosenbahn einzusteigen. So. 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 Hemmschacht.